Hey Leute, da seid ihr wieder. Mensch, ihr seid ja aber echt hartnäckig. Na gut, dann werde ich das mal hier ein bisschen weiterspielen. Für euch. Extra. Ja, ohne dass ich jetzt muss. Natürlich. So. Wow. Wow. Und so führte unser Prophet die Menschen fort aus dem Sohn und uns. Genau, genau wie die Stadt, wo sie eine noch perfektere Einheit sind. Wow. Hm, der Baum ist echt heftig, oder? Ja. Nicht warten? Kannst du aber vergessen hier. Los geht's. Los geht's. Ah, okay. Na gut. Wird eigentlich runterspringen, aber das ist, glaub ich, auch ne Alternative. Gesundheitskit. Grüe, der Grüe. Mensch, die scheinen aber ziemlich gläubig zu sein hier. Die ganzen Kirchen und... Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Natürlich. Vielleicht noch mal. Oh. Ich will sie sich aber toll machen an ihrem Revers, falls sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Na doch. Ich bin noch nicht gay oder so, was will die? Sorry, we are closed. Was wird das wohl heißen? Ja, wir werden's leider nie herausfinden. Schade eigentlich. So, wo muss ich denn jetzt so lang? Ich glaub mal hier rein, oder? Was? Nein? Ach, Mann. Hey, irgendwie gefällt mir das. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey, kann ich das anzünden? Geklaut. Geklaut. Was für'n Ding? Was für'n Popo will die heiraten? Oh, Mann. Ja, ja, mhm. Ah. Die Restein-Papier spielen die wo auch. Mann, die haben wohl nichts besseres zu tun. Oh, mein Gott. Sie haben sie gesagt. Telegram für Sie. Hm. Telegram für Sie, Sir. Ja. Ah, ja. Der Wood Stopp. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stopp. Was immer sie tun, nicht Nummer 77 10 Stopp. Okay, Nummer 77 10. Hier nach Moni mit Islanden finde das Mädchen. Aber na, lo, gut. Ich klau euch mal kurz was. Euch beiden Süßen hier. Oh, ja. Da geht's gleich richtig, aber ich glaub, ich geh mal lieber weg hier, sonst muss ich das alles noch zensieren und... Ach, nee. Lieber nicht. Was ist mit dir los? Ja, da wird wohl jemand nur guten Tag sein. Was sagt ihr denn da? Oh, okay. Wow, Kräfte. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Sieht so echt aus. Frag mir, wie es geht. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck. Und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Okay. Oh mein Gott, dieses Feuer. Wow, da haben die Erfinder echt gute Arbeit geleistet. Sieht echt realistisch aus. Boxerfone, hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Oh mein Gott, ein Voxophon. Sagen Sie etwas, Freud. Was ist ein Boxerfone? Was ist ein Boxerfone? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Wow. Ski-Line. Mann, wie viele Stände sind denn hier? Was ist denn heute für ein Special Day, ey? Alter, ich glaub's jetzt nicht, oder? Ich glaub's jetzt echt nicht. Nee, nee. Kinder rauchen ist gefährlich. Nicht machen. Nee, nee, nee. Ach, wo geht's denn jetzt hier dann? Oh mein Gott, das ist was sie gesagt hat. Oh mein Gott. Wer arbeitet mit mir hier? Ach, der. Okay, hm. Ich habe eine Schwäche für Eiscreben. Was ist das? Oh, Ticket kaufen. Ach, Telefon. Entschuldigung. Das war ein Freund von mir. Ja. Okay, wo war er? Ich soll irgendwie ein Mädchen finden. Oh mein Gott, der Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Nimm mich hier. Wow. Okay. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Wow. Ich glaub, die flirtet grad mit mir. Oh, das ist eine Fähigkeit. Oh, das ist eine Fähigkeit. Oh, okay. Oh, okay. Ich kann irgendwas machen. Oh. Gut. Achso, nee. Das wollen wir ja nicht. Das haben wir ja grad. Ähm. Kann ich den jetzt kontrollieren? Ach, ich habe keinen Mana mehr oder wie auch immer man das nennt. Ja, das ist auch nicht alles. Nein, das ist auch nicht alles. Oh, okay. Das weißt du schon. Oh, oh. Ist ein Mensch oder eine Maschine. Nur kolumbische Schindungen, das solche Länder erschaffen. Ja, ich würde dich gern nochmal benutzen. Scheint anscheinend nicht zu gehen. Ach, Mensch. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Leute, sag doch mal. Müssen wir mal sagen hier. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Wir sollen irgendein Mädchen finden. Irgendwo. Irgendwo. Ja. Okay. Verkaufsautomat. Äh. Ja. Hat schon mal super funktioniert. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber... Äh. Ich glaube, es war nicht sehr sinnvoll. Ach, ich glaube, ich muss ja die ganzen... ...die ganzen Dinger hier lernen oder so. Ja. Ach, hey. Hä? Hä? Ich dachte, ich muss den Teufel treffen da oben. Oh. Oh, okay. Hey, er versteckt sich jetzt. Check es. Okay. Ach, hier hinter dem Ding. Okay. Okay. Schon mal ein geiles Game. Hey, als wenn ich den nicht sehen würde. Hey, als wenn ich den nicht sehen würde. Wir haben einen Gewinner. Okay. Kann ich überhaupt hier... irgendwie eine hilfe oder irgendwas ach nee hier waren die komischen kinder ja ok ganz schön produziert von mister jahre meyer also ich glaube dass ich kopfkino neidisch ohne bild ist das ziemlich geil ja ich habe einen erfolg nicht wundern ich habe schon einige erfolge das liegt aber daran dass mein bruder das spiel vorher schon mal durch gespielt hat also mein gott ein luftgewehr ich bin so schlecht ich bin voll schlecht mein aim ist mal richtig heftig das ist ein indianer candy darf ich nicht mag indianer ja hei 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 oh ja das ist ein absoluter meister schuss was darf ich mir jetzt nehmen kann ich jetzt okay ich glaube jetzt habe ich es irgendwie gerafft ich nehme diese komischen dinge dann gehe ich zu diesen komischen automaten macht das leute mensch so schwer war so gar nicht warum sagt die nix mensch kommt lasst mich durch kopf oder zahl zahl das ist nie so befriedigend wie ich mir vorstelle kopf hoch nächstes mal klappt sehr wahrscheinlich na gut leute ich glaube ich mache hier mal wieder ein schnitt wenn es euch gefallen hat wie gesagt auf den like button hermann werft doch mal einen blick in meinen kanal und ja schreibt mir doch mal auf twitter ein bisschen ein paar sachen so ein paar sachen und wir sehen uns dann beim nächsten mal reingehauen